Die letzte halbe Stunde im Büro verbrachte der Kommissario damit, Schriftstücke zu unterzeichnen, die man ihm als besonders dringend ans Herz gelegt hatte. Einmal hatte er ein Experiment gewagt und einen Brief, der einen Stempel mit dem Vermerk »Eilt« sofort erledigen trug, in eine Schublade gelegt. Monate vergingen, aber niemandem fiel auf, dass er den Vorgang gar nicht bearbeitet hatte. Mittlerweile setzte er seine Unterschrift unter jedes Schriftstück, das man ihm vorlegte, ohne auch nur eine Zeile zu lesen, weil er überzeugt war, dass es sich um ein sinnloses, bürokratisches Ritual handelte. Und es funktionierte bestens. Von der Verwaltung kam nie eine Nachfrage. Dann beschloss er, dass er sich genug geplagt und sich sein Gehalt für diesen Tag redlich verdient hatte. Er stand auf. Als er an der Telefonzentrale vorbeikam, sah er, dass Catarella mit einem Kreuzworträtsel beschäftigt war. Er hatte die Stirn in Falten gelegt und kaute an seinem Bleistift. »Kann ich dir helfen?« »Ja, Dottori, ich komme einfach nicht auf das Wort.« »Wie lautet die Frage?« »Verfolgt gemeinsam mit den Carabinieri Einbrecher und Mörder und hält die öffentliche Ordnung aufrecht.« »Wie viele Kästchen?« »Sieben.« »Polizei? Sind Sie ganz sicher? Ich habe auch daran gedacht, aber dann habe ich es doch verworfen.« »Warum?« »Wann haben wir von der Polizei schon einmal gemeinsam mit den Carabinieri Einbrecher und Mörder verfolgt?« Da hatte er allerdings recht. »Dann habe ich mich wohl geirrt. Mach's gut.« Er stieg in sein Auto. Als er den Motor startete, bekam er plötzlich Hunger, der ihn anfiel wie ein bissiger Hund. Er hatte nicht zum Mittagessen können und jetzt verlangte sein Körper unverzüglich und mit Nachdruck, das Versäumte nachzuholen. Er sperrte die Haustür auf und lief mit wässrigem Mund in die Küche. Adelina hatte ihm eine doppelte Portion Reistimbale zubereitet und, endlich, eine großzügig bemessene Portion Frittura di Calamari e Gamberi, frittierte Tintenfische und Garnelen, die er sich nach seiner erzwungenen Abstinenz auf der Zunge zergehen ließ, mit einem wohligen Stöhnen alle paar Bisse. Nachdem er den Tisch abgeräumt hatte, ging er ins Bad und wusch sich das Gesicht ausgiebig mit kaltem Wasser. Es war eine Art Vorbereitung auf das Telefonat mit Lidia. Danach fühlte er sich sehr viel entspannter und besser gewappnet, den Schmerz zu ertragen, den ihre traurige, aus weiter Ferne kommende Stimme in ihm hervorrufen würde. Er wählte ihre Nummer. Die ausgiebigen nächtlichen Telefonate, die häufig im Streit geendet hatten, führten sie schon lange nicht mehr. Lidia ging früh schlafen, todmüde von der Anstrengung, sich einen weiteren Tag durchs Leben gekämpft zu haben. Er merkte sofort, dass ihre Stimme diesmal anders war, lebendiger, und das freute ihn. Geht es dir besser? Ein bisschen. Heute war herrliches Wetter und ich habe es genutzt, um ein paar dringende Einkäufe zu erledigen. Du solltest jeden Tag rausgehen und frische Luft schnappen, dich bewegen, spazieren gehen. Hatte er sich verhört oder hatte Lidia tatsächlich gekichert, wenn es nur so wäre? Von heute an werde ich wohl dazu gezwungen sein. Und Albano wunderte sich. Wer sollte dich dazu zwingen? Ein kleines Geschöpf, das in diesem Moment in meinem Schoß liegt und schläft. Der Kommissario verstand sofort, hast du dir einen Hund zugelegt? Mir blieb gar nichts anderes übrig. Auf der Straße ist mir ein winzig kleines Hühnchen nachgelaufen und nicht mehr von der Seite gewichen. Es hat mir so leid getan, dass ich es mit nach Hause genommen habe. Das hast du ganz richtig gemacht. Seine Gesellschaft wird dir bestimmt guttun. Gehst du noch zum Tierarzt mit ihm? Das mache ich morgen früh. Wunderbar. Sie würde wieder jeden Tag rausgehen, um dies und das zu erledigen und das Hündchen auszuführen. Wie wirst du es nennen? Ich habe mich noch nicht entschieden. Sie plauderten noch ein Weilchen. Dann wünschten sie sich eine gute Nacht und schickten sich einen Kuss. Im Geist zündete Montalbano eine dicke Kerze an und stellte sie vor die Statue des Schutzheiligen der Tiere, dessen Namen er nicht kannte, den es aber mit Sicherheit gab. Dann setzte er sich vor den Fernseher, um die 10 Uhr Nachrichten zu verfolgen. Er schaltete auf Televigata, neugierig, welche Erklärung man dort für den Mord an Nicotra geben würde. Televigata machte sich immer wieder zum inoffiziellen Sprachrohr der Mafia. Es war allgemein bekannt, dass Strohmänner der Cufaro und der Sinagra zu den Aktionären des Senders zählten. Auf dem Bildschirm erschien Chefkommentator Ragonese, der immer einen Anlass fand, den Kommissario anzugreifen und in einem schlechten Licht erscheinen zu lassen. Wurde am späten Vormittag von seinem Vater identifiziert. Wir konnten Dr. Domenico Augello vom Kommissariat Vigata erreichen, der uns sagte, er sei nicht befugt, Erklärungen abzugeben. Bedauerlicherweise herrscht in unserem Kommissariat ein Stil, der von Dünkelhaftigkeit geprägt ist und das Recht der Öffentlichkeit auf Information mit Füßen tritt. Montalbano-Stil. Es kursieren alle möglichen Vermutungen über das Mordmotiv und die uns am plausibelsten Erscheinenden möchten wir unseren Zuschauern im Rahmen unserer Berichterstattung nicht vorenthalten. Gerüchten zufolge hatte die schöne und junge Signora Inge, die Ehefrau des armen Buchhalters Gialando Nicotra, einen Hang zu außerehelichen Eskapaden, um es einmal so zu formulieren. Der Buchhalter nahm gewöhnlich Tabletten, die ihn in einen tiefen Schlaf versetzten, doch in jener verhängnisvollen Nacht wurde er seltsamerweise wach und stellte fest, dass seine Frau nicht neben ihm im Bett lag. Nachdem er noch eine Weile auf sie gewartet hatte, stand er auf und weil er im Erdgeschoss Stimmen hörte, ging er zum Treppenabsatz, um nachzusehen, was los war. Und da entdeckte er seine Frau in den Armen eines anderen. Er holte seine Pistole, stieg die Treppe hinunter und bedrohte die beiden. Der Liebhaber der Frau ließ sich jedoch nicht einschüchtern und nach einem kurzen Handgemenge gelang es ihm, Nicotra die Pistole zu entreißen. Nicotra fürchtete nun um sein Leben und versuchte, mit dem Fahrrad seiner Frau zu fliehen. Der Liebhaber feuerte einen Schuss ab und verschwand dann zusammen mit der Signora Inge. Diese Rekonstruktion des Tathergangs, wir betonen es noch einmal, erscheint uns am plausibelsten. Im Übrigen ist allgemein bekannt, dass Nicotra sich noch nie etwas hat zu Schulden kommen lassen und stets ein vorbildlicher Angestellter war, der... Montalbano schaltete den Fernseher aus. Er hatte genug gehört. Seit er denken konnte und nach allem, was er gelesen hatte, war es in Sizilien Tradition, Mafiamorde vorrangig als Verbrechen aus Eifersucht darzustellen. Der nächste Tag brachte das Geschenk einer strahlenden Sonne an einem wolkenlosen Himmel. Montalbano war so überrascht und glücklich darüber, dass er anfing, E Lucean Lestelle zu singen, obwohl er völlig unmusikalisch war. Nach dem Duschen setzte er seine Darbietung fort, bevor er die Aria aus Tosca abrupt unterbrach. Hatte gerade das Telefon geläutet? Er spitzte die Ohren, die Hand mit dem Rasierer in der Luft. Nichts. Wahrscheinlich hatte es geläutet, dann aber aufgehört. Und was bedeutete das? Das bedeutet, mein lieber Salvo, dass du allmählich wirklich taub wirst. Seine gute Laune war schlagartig dahin und wich einer Wut auf sich selbst. Ich habe ein ausgezeichnetes Gehör. Hast du kapiert, du Arschloch? sagte er zu dem Gesicht, das ihn aus dem Spiegel ansah. Und das Gesicht im Spiegel erwiderte. Hör dir den an. Das Arschloch bist du, weil du die Realität nicht wahrhaben willst. Welche Realität? Dass du alt geworden bist. Der Wortwechsel wurde vom Schrillen des Telefons unterbrochen. Da hast du's. Mit meinem Gehörst alles bestens, schrie der Kommissario, dem Gesicht im Spiegel entgegen, bevor er zum Telefon lief. Es war Mimi Augiello. Das wunderte ihn. Augiello rief nie in Marinella an. Er überließ es anderen, ihn zu Hause zu stören. Hast du vorhin schon mal angerufen? Ja. Mist. Dann hat er es also tatsächlich geläutet. Was gibt's, Mimi? Ich brauche eine klare Anweisung. Wofür? Ob ich glauben soll, was mir ein anonymer Anrufer gerade am Telefon gesagt hat? Was hat er gesagt? Dass heute Nacht in der Contrada Riccio ein Auto in Flammen aufgegangen ist und das Wrack immer noch qualmt. Gut, fahr hin und sieh nach, was da los ist. Bist du sicher? Mimis ironischer Unterton machte ihn stutzig. Was meinst du damit? Dass ich hinfahren soll. Warum nicht? Weil Fazio hier neben mir sagt, dass die Contrada Riccio an die Contrada Pizzutello angrenzt. Verdammt, rief man Dalbano. Na also, mach's gut, ich geb dir Fazio. Pronto, Dottore? Ich würde sagen, es ist der Mühe wert, hinzufahren und es sich anzusehen. Einverstanden. In spätestens einer halben Stunde bin ich mit Gallo bei Ihnen. Ich würde sagen, es ist der Mühe wert, hinzufahren und es sich anzusehen. Ich würde sagen, es ist der Mühe wert, hinzufahren und es sich anzusehen. Ich würde sagen, es ist der Mühe wert, hinzufahren und es sich anzusehen.